Ja, sehr schön, schön besucht, gut besucht, gute Kunst natürlich und die Lesung war sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Sehr gelungene Ausstellung, hat viel Spaß gemacht. Mal sehen, was der Abend noch bringt. Es war mir ein Fest, heute zugegen sein zu dürfen in dieser wirklich wunderbaren künstlerischen Atmosphäre und es hat mir Spaß gemacht heute, die Geschichte von Wotan Engel und der Absinthabhängigkeit vordrangen zu dürfen. Wohlsein. Wir sehen uns dann spätestens am Neuenland Höhe. Die meisten Dinge sind schon fertig. Also nicht nur tolle Räume, auch eine tolle Ausstellung, schöne Bilder, also wirklich klasse. Wirklich schön, gefällt mir gut. Danke, liebes Google 45 Team. Ich freue mich natürlich, dass heute zahlreich Gäste hier erschienen sind und ich hoffe, das geht weiter so. Die nächste Ausstellung steht an in vier Wochen mit Uwe Mehr und ich hoffe, das wird genauso interessant. Jetzt ist der richtige Moment. Ich sehe wieder aus, dass die Linse platzt wahrscheinlich, ne? Bis zum nächsten Mal.